Konnichi! Wow meine Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute was richtig cooles, cooles rausgesucht und zwar, ich liebe YouTube Kacke. Ich liebe es. Aber es ist oft so, dass YouTube Kacke ja nichts mit Anime zu tun hat, weil YouTube Kacke ja nicht das beinhaltet. Also könnt ihr euch vorstellen, was ich heute mache und zwar habe ich ein paar Videos gefunden mit Anime und YouTube Kacke. Jetzt gucke ich mal, ob das gut gemacht worden ist oder nicht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den ersten. 3, 2, 1, let's go! Das Ganze ist Ruffy und der Flut ist neben dem Roller. Captain Morgan gegen Shanks und sein Hut warten auf Admiral Lyssop und der Millenniumsdrache aus dem Ruderboot in den Ruinen. Monkey D. Ruffy, der seine Tapfel-Crew gegessen hatte, setzte die Segel um Egelkönig zu werden. Daddy, du gefällst mir. Torte, Peace und Gold Roger. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war ich. Alter, es ist Ross-Pi-Pi-Nahen-Groh. Soll ich dir irgendwas vorspielen? Du kannst dir etwas wünschen. Spiel Peter Griffin. Na, das nenn ich eine Herausforderung. Ja, ja, genau. Trank, ich bring dich rum. Ich hab einen Schnabelbecher, 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 Schnabelbecher. Ich hab einen Schnabelbecher und hab Mamas Bosen-Sack. Kommt zu! Ich hab einen Schnabelbecher, Schnabelbecher, Schnabelbecher. Ich hab einen Schnabelbecher und hab Mamas Bosen-Sack. Wir werden gesucht, Leute. Wie findet ihr das? Jetzt, okay, das war tonhaft. 30 Berry? 30 Berry, Freunde! 15 Berry für den Clown. 20 Berry für Arlong, die Arschnase. Schon bevor er seine eigene Piratenbande gründete, hat dieser Käpt'n Morgen die Marine besiegt. Das durchschnittliche Kopfgeld für einen Piraten beträgt im East Blue 3 Berry. Auf jeden von diesen Top-Piraten waren mehr als 10 Berry ausgesetzt und er hat sie alle besiegt. Raffi, was isst du da? Du hast gerade von der Steroide Frucht gegessen, du Idiot! Das ist deine Teufelsfrucht, du feinert dein ganzes Leben, wer davon ist nur zu Steroide-Menschen. Raffi, es wohl! Try to get a pest. Steroide. Ich hab mich verwandelt. Ich habe von einer Teufelsfrucht gegessen. Zivil. Erdmann-Frucht. Hör jetzt bitte auf damit, Lola! Du musst mich ein für allemal vergessen! Wie du weißt, ist das die Frau, die ich heiraten werde! Also, ich bin dabei! Ich bin KKK Carlos! Nachname die Klinge! You son! Deutschland! Pirat-Hitler! Herrscher der Weltmeere und des Dritten Reichs! Sein Kopfgeld sind 50 Mark! Hey, habt ihr das gehört? Hä? Hier soll sogar ein Samurai aufgetaucht sein! Im Ernst? Hast du ne Ahnung, wer das ist? Oh, 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 Oshikuru, oh, 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 Oshikuru, vorbei, vorbei, er ist ein Dämon-Samurai, tot ist, der es sei, wie ich sei, Oshikuru! Reichtum, Macht und Ruhe. Meines Ersten war... Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Roger. Hä? Roger? Alles klar, Kinder! Geht das nicht lauter? Ihr bist auf dem Wankiestüb! Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo in der anderen, das ganz liebe Meer! Ich habe den größten Schatz der Welt verständ. Dieser Schatz ist das Wankoob. Und er liegt irgendwo... Wankoob! Ruffy, Chopper und Brook treffen auf dem Sabaody Archipel. Brook, Chopper und Ruffy, Sohs, Damit brach das große Piraten-Zeitalter an. Ach so! Damit es nicht helfen, auch mal. Also, ist es hart für dich, anders zu sein? Welche Schimpfnamen geben sie dir? Naja, ich, ähm... Sie nennen mich manchmal... Kinnklötenjunge und, äh, Klötenkinjunge. Und wenn ich an ihnen vorbeigehe, rufen sie Hey-Eierbeutler. Bald finden die Strohhüter heraus, dass Kami Ruffy ist. Nami ist einer der Ersten, die auf der Grand Line eintrifft. Während die Auktion schon in vollem Gange ist, sind Ruffy und die anderen immer noch große Piraten. Wir sind da! Davon ist der Sabaoni-Park! Mann, 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 was läuft denn sonst noch? Hallo? Ich bin Marcel Daulis. Adla, Fiegel, Kaiser, guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Barr ist mein Name. Ich habe gerade im Fernsehen etwas über diesen Typen namens Hitler gesehen. Jemand muss ihn aufhalten. Was ist denn los, Freunde? Seid ihr Ninjas oder P-P-P-P-P-P-Pussis? Ey, Digga, war ein Freaky Bash in der Dizze gestern. Hab nur too much gespliffed und musste straight rebooten. Kommt auch schon bei den Simpsons Folge 204. Das ist aber geil, dass die Synchronstimmte originalen aus anderen Serienleben, ne? Stagspiel, haben wir noch einige Arbeit vor uns. Oh, jetzt kann ich den Drehsprung. Gui! Na schön, fickt mich, wenn es nicht anders geht. Los, befriedigt eure kranken Gelüste. Hey Leute, guckt die Cleveland Show. Ich bin Black Chakou. Mit der Gabe der perfekten Rechtschreibung. Vielleicht bin ich Craig, vielleicht aber auch nicht. Das muss ein Geheimnis bleiben. Du wirst es nicht erfahren. Ich bin Mysterion. Batas, wir haben die Nase voll von deinem Rum gezickelt. Du gehst jetzt raus und spielst auf der Stelle. Batas, geh spielen. Fang sofort an zu spielen, junger Mann. Wer lebt weit von hier, wo der Bambus steht? Euer sexueller Belästigungspanda. Ja, kann man sich geben, oder? Also wie fandet ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und sollt euch noch mehr YouTube-Kacke schauen mit Anime? Ich glaube, da findet sich bestimmt schon einiges. Ich habe schon ein Tick und Teil mit Andreas gesehen. Halt, stopp! Jetzt bin ich ein Titan. Und schaut auf jeden Fall mal auf den Kanal von den Jungs, die das Video gemacht haben. Auch wenn es schon länger her ist, dass sie das gemacht haben. Schaut trotzdem gerne vorbei. Vielleicht könnt ihr sie ja animieren, dass sie wieder YouTube-Kacke-Videos machen. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn wir uns wiedersehen wollen, dann schaltet ihr wieder ein beim nächsten Video. Sayonara! Ciao!